Die Neuauflage der Fan Edition von Samsung. Wir schauen uns das brandneue S23 FE in diesem Video an. Hallo, ich bin Stefan von Brodus. Und ich bin Markus von Brodus. Markus, du hast ein brandneues Samsung dabei. Welches denn? Das S23 Fan Edition. Fan Edition? Das ist ja spannend. Wofür steht denn Fan Edition eigentlich, Markus? Am Ende ist es ein leicht modifiziertes S23. Und Samsung sagt, man hat quasi alles, was man im S23 hat. Also wenn man so richtiger Fan ist und das Ganze aber ein bisschen günstiger. Aber zum Preis kommen wir dann im Lauf des Videos. Ja, ich habe es in der Hand. Und Markus, ich muss sagen, es sieht von der Designsprache sehr stark natürlich nach S23 aus. Aber es ist schon, wenn man es in der Hand hat und von der Größe her ein bisschen anders als das S23. Was ist denn da der konkrete Unterschied? Also es ist ein bisschen kantiger tatsächlich, wenn du es in der Hand hältst. Das liegt an dem Aluminiumrahmen. Der ist kantiger als beim S23. Und wir haben ein tatsächlich etwas größeres Display und zwar 6,4 Zoll. 6,4 Zoll. Okay. Und da muss man sagen, das ist dann für Medienkonsum und so weiter wirklich deutlich besser. Da ist auch die Herzzahl ja immer ganz wichtig. Wo sind wir da unterwegs? Da haben wir 120 Hertz adaptiv und 60 Standard. Gut, dann lass uns vielleicht mal auf der Rückseite. Das ist ja auch ganz offensichtlich eine Triple Cam. Wie ist die denn ausgestattet? Also 50 Megapixel haben wir als Hauptkamera. Eine 12 Megapixel Ultraweit und eine 8 Megapixel Teleobjektivkamera. Okay, also damit ganz S23 Style. Wobei ich glaube, Tele unterscheidet sich dann zwischen 10 und 8. Also ein bisschen schwächer vielleicht. Frontkamera, lass uns da auf die nochmal eingehen. Wie ist die ausgestattet? Genau, 10 Megapixel Kamera. 10 Megapixel. Ja, dann ist Akku ja immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das sieht nach einem großen Gerät aus. Da müsste der Akku ja eigentlich ganz vernünftig reinpassen. Genau, deswegen ist es glaube ich auch ein bisschen leicht dicker als das S23. Wir haben 4500 mAh Akku drin. Okay. Und so wie man es kennt, auch mit Fast Charging? Genau, Fast Charging 25 Watt. Und auch Wireless Charging vermutlich? Wireless Charging geht auch ganz genau. Okay. Ja, dann lassen Sie mal gucken, von welchem Chipset das Produkt angetrieben wird. Ich glaube, beim S23 haben wir ja den Qualcomm 8 Generation 2. Genau. Wie ist das hier? Da ist ein Exynos verbaut und zwar der 2200. Okay, und wie kann man den einschätzen von der Leistungsfähigkeit? Ist das vergleichbar? Ja, es liegt ein bisschen unter dem Snapdragon 8. Ein bisschen unter, okay. Dann haben wir gelernt, dass mit Android natürlich auch immer Upgrades und Updates wichtig sind. Da glaube ich gibt es auch nochmal einen Unterschied, mit welchem Android kommt es hier? Es wird mit Android 14 schon ausgeliefert und vier Jahre OS-Upgrades wie gehabt und fünf Jahre auch Sicherheitsupdates. Okay, also wirklich gut ausgestattet und damit natürlich auch eine gute Investition in die Zukunft. Und vielleicht mal so als kleinen Einwurf zwischendrin. Gute Investition ist auch immer bei Samsung das vielfältige Zubehör mit Silikon-Cases und wirklich eine ganze Menge cooler Sachen. Verlinken wir euch auch nochmal, da haben wir auch extra Videos dazu gedreht. Wirklich ganz spannend, wie gut man dann das Produkt schützen kann. Per se ist es aber schon geschützt mit einer IP-Zertifizierung, Markus, mit welcher? Genau, IP68 haben wir da. Okay, Speicher ist ja auch immer ein wichtiges Thema, Markus. Was bringt da das S23 FE mit? Ja, also wir haben 8 GB Arbeitsspeicher und dann gibt es zwei Varianten, einmal 128 und 256 GB. Okay, und erweiterbar? Leider nicht, aber wir haben echtes Dual SIM on Board. Okay, und eSIM wahrscheinlich auch? eSIM ist auch dabei, richtig. Okay, also wirklich top ausgestattet. NFC ist natürlich auch mit dabei, für viele zum mobilen Zahlen ganz wichtig. Aber jetzt lassen Sie mal darüber reden, was kostet das Produkt, Markus? Und viel wichtiger, ab wann ist es verfügbar? Ja, offizieller Verkaufsstart ist der 15.12. und es ist zu 699 verfügbar. Aber die gute Nachricht ist, Samsung legt noch was obendrauf, nämlich die Galaxy Buds FE. Und die gibt es zum Start kostenlos dazu und die haben den Wert von? 100 Euro. Also wirklich ein guter Deal, finden wir, wie findet ihr es? Hinterlasst es gerne in den Kommentaren und dann natürlich Kanal abonnieren und Glocke setzen nicht vergessen. Wir freuen uns aufs nächste Mal und auf euch natürlich. Bis dann, ciao.